Das werden wieder zu viele. Oh, diese verdammten Golems. Könnte nicht einfach verschwinden. Feindlicher Angriff! Ein Gegenangriff! Zu dem Mann! Halte durch Männer! Feindlicher Angriff! Oh! Steinwerkstatt. Immer ich! Die Rune ruft. Meisterring der Diebe. Auf meinen Befehl! Kann ich leider so nicht wirklich gebrauchen. Ja, folgt mir! Zu euren Diensten! Komm, wieder hoch, Alrius. Darum habt ihr mich gerufen. Oh, fuck, ey. Das werden wieder so viele. Diese ganzen Verluste, die haben eigentlich überhaupt nichts gebracht. Die Karte ist echt scheiße. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich über den Spalt aufgeregt habe. Das hier ist viel schlimmer. Es ist wirklich um Längen schlimmer. Vor allem, wir kommen hier auch nicht weiter. Das können wir nur tausendmal machen im Grunde. Wo baue ich denn jetzt? Der gerade von uns gegangen ist. Genauso wie mein Priester. Ja, das ist echt tragisch. Nein, du Trottel. Du musst da unten hin. Formiert euch neu. Mann, Mann. Die reiben mich wirklich ganz schön auf. Die ganzen Gebäude stehen leider hier nicht mehr. Oh, shit. Ich bin überall. So. Folgt mir! Auf meinen Befehl! Auf mein Zeichen! Uiuiuiuiui! Oh Gott! Scheiße! Bereit! Und los! Folgt mir! Das läuft echt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hab. Ja, ja schon. Als nächstes bräuch ich einen Keulenschnitzer und zwar dringend. Aber warum? Krieg, wo sind die Gegner? Ja, ich rieche hier. Wohin? Schon dabei! Ja, schon gut. Zu Befehl! Was wünscht die Rune? Für die Rune! Hier! Zur Ehre auch! Was könnte denn gehen? Ah! Schließt die Reihen! Das... Das werden wieder zu viele. Ah, diese verdammten Golems. Könnt ihr nicht einfach verschwinden? Seiniger Angriff! Ja! Ja! Ein Gegenangriff! Ja! 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 Steinwerkstatt. Meisterring der Diebe. Auf meinen Befehl. Kann ich leider so nicht wirklich gebrauchen. Ja, folgt mir. Zu euren Diensten. Komm, wieder hoch, Alrius. Und darum habt ihr mich gerufen. Och, fuck, ey. Das werden wieder so viele. Diese ganzen Verluste, die haben eigentlich überhaupt nichts gebracht. Die Karte ist echt scheiße. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich über den Spalt aufgeregt habe. Das hier ist viel schlimmer. Es ist wirklich um Längen schlimmer. Vor allen Dingen, wir kommen hier auch nicht weiter. Das können wir nur tausendmal machen im Grunde. Wo baue ich denn jetzt Eisen? Sollte ich jetzt genug haben? Noch so ein Penner, ey. Ich schiebe ihm gleich eine Karotte in den Arsch. Dann kann er sich gleich aufsetzt mit dem Schneemann erklären, ey. Dieses Upgrade war dumm. Weil es den Zermalmann betrifft und nicht den schlechter. Toll. Den Berserker. Den kann ich auch nochmal irgendwie fördern. Vielleicht sollte ich hier mal ein paar Türme hinsetzen. Was gibt's denn? Da gab's doch Türme im Moment. Kann ich jetzt nicht nachgucken. Ähm. Felsenschleuderer. Kostet ein bisschen viel Stein. Aber ich glaub, das ist ein starker Tor. Auf mein Kommando. Mein Avatar kümmert sich jetzt da drum. Ich weiß, das ist ein bisschen größenwahnsinnig, aber pfff, was soll ich machen? Bitte fertig. So. Das ist das, was ich brauche. Verbesserung fertig. Das ist das, was ich brauche. Das Gute an der ganzen Sache ist, der Berserker kostet nur Holz und Eisen. Obwohl das jetzt scheiße ist. Wäre besser, wenn der Stein und Eisen kosten würde. Wir werden angegriffen. Mach was, du Trottel. Wehr dich. Okay, ich brauche Hilfe. Stehe bereit. Wird sofort ausgeführt. Zu befehl. Zu befehl. Ich hab überhaupt nicht die Chance, irgendwas dagegen zu tun. Das ist ein Hinterhalt. Los. Verflugter Idiot. Fick dich. Tut mir leid. Gott, ey. Oh nein. Wisst ihr was? Ich mach jetzt hier Schluss. Ich hab absolut keinen Bock mehr. Oh Gott. Absolut keinen Bock mehr jetzt. Drei Uhr nachts und so ne Scheiße. So ne schäbige, verfluchte Pisse. Ähm. Ich nehm erst wieder auf, wenn wir... Ja, vorwärts. Wenn wir wieder einen ähnlichen Stand erreicht haben. Ich denke, ich mach da morgen weiter und baue das alles so weit aus, dass wir anständig damit leben können. Also, bis dann.